Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Northern Lights, dem Jagd-Simulator. Ach komm, vergiss es. Genau, dem Jagd-Simulator, natürlich. Jagd-Simulator, nee, Quatsch. Äh, schön, dass ihr da seid. Freut mich, freut mich riesig, dass ihr da seid. Wir haben eine Mission. Diese Mission ist es. Ups, warum nimmt das? Ich wollte gerade sagen, warum nimmt der hier das Fanglas nicht raus? Die Mission, die wir haben, ist es. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Ups. Die Mission, die wir haben, ist es, nach Osten zu kommen. Und zwar in ein Gebiet, wo ich noch nicht war. Wo ich aber hoffentlich fündig werde. Ja, in der Richtung. Also ich zeige es euch auf der Karte. Die zwei Punkte will ich nochmal entdecken und dann hier lang weiter. Wir müssen jetzt noch weiter im Norden unterwegs sein, damit wir um den Berg rumkommen. Und dann sparen wir uns ein paar Meter extra. Ah, ruckel, 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 ruckel. Da ist ein Stöckchen. Das werden wir vorbeigehen, erhaschen. Ich mache das übrigens immer noch so, immer wenn man dann beim Rennen keine Ausdauer mehr hat. Kurz mit dem Fernglas umgucken. Und dann mit dem Kompass die Route checken, wo man unterwegs ist. Einfach, dass man auf der richtigen Peilung bleibt. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Das Ding ist, je weniger Ausdauer ihr habt, desto öfters checkt ihr mit dem Fernglas den. So, da ist der Bergausläufer, der geht bis da. Außer, das ist das Dorf hier. Ne, ist der Ausläufer vom Berg. Andererseits, wir wissen es, an Bergen gibt es Höhlen. In Höhlen gibt es Notizen und andere Sachen. So, Inventar voll. Ich kann keine Stöcke mehr mitnehmen. Tschüss, Rehe. Gib mir deinen Körper. Ich danke dir. Oh, guck mal, Planke. Tschüss. Also die Planken fliegen sofort. Die gehen über die Planke, die Planken. Komm, da kann ich sogar noch Fleisch mitnehmen. Was sagt die Uhr? Ja, gleich erfrieren wir wieder. Wir verbrauchen unsere Ausdauer nicht mal mehr. Wir erfrieren immer zuerst. Leck. Okay. Drei Schuss. Das ist in Ordnung, finde ich. Alles, was wir machen, ist ja Bogenschießen und Metzgern leveln. Tschüss. 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 Und die Knochen gehen auch wieder raus, zusammen mit dem Fell. Genau. Wir haben uns ein Unterkühlungsrisiko eingefangen. Okay, ja, wir sind definitiv auf Track hier. Das passt. Kurz als Übersicht für euch hier. Das ist mein Status. Okay, da sehe ich auch nichts mehr. Vielleicht kommen wir ja bald in das Dorf. Da hat es vielleicht auch nochmal ein Bett und einen Kamin. Da muss ich mich um nichts kümmern. Gut. Dann nehme ich den Stock. Oder auch nicht. Da sind wieder schwebende Felsen. Da sind Stöcke. Stock, stock. Wo sind wir denn noch weiter im Osten? Richtung habe ich. Ich bin nur zu schwer jetzt. Tschüss Fleisch. Das Fleisch wiegt drei Kilo. Krass. Krass. Peilung stimmt. Da gibt es auch nichts. Ich weiß, dass mir kalt ist, mein Freund. Ich bräuchte jetzt so ein Laserschwert, mit dem ich irgendein Tonton oder sowas aufschneide, damit ich da reinkriegen kann, um mich aufzuwärmen. Vielleicht auch ein Pferd. Vielleicht auch ein Pferd. Ich sehe hier nichts. Mein Typ friert sich die Kugeln ab. Bei... Weiter im Norden. Da langen etwa. Die Bergflanke rechts ist das Problem. Ich weiß nicht mehr genau, was hier ist. Ich glaube, das war die Höhle und die Jagdhütte. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ein Schwebender Fels. Krass, was die inzwischen alles dürfen. Nichts. Jetzt bin ich unterkühlt. Bin unterkühlt und das ist alles deine Schuld. Wer auch immer du da draußen bist, ist deine Schuld. Ich muss jetzt darum kämpfen. Das ist wieder mal typisch. Ich kann sowieso bald nicht mehr rennen, wenn es so weitergeht. Ich habe noch nie getestet, was passiert, wenn einem die Energie ausgeht. Bisschen weiter in die Richtung kommt dann... Kommt da was. Das war glaube ich tatsächlich nur eine Höhle. Irgendwo da lang. Okay, aber wir wollen vielleicht auch da lang. Nord... Ja, die Peilung passt. Vielleicht ist da ja die... Ich glaube, da ist die Jagdhütte. Wo wir dann auch übernachten können, hoffentlich. Piep, piep. Halt. Kiefernsoft, nehmen wir mit. Das ist schon das dritte Mal, dass wir hier vorbeikommen. Und jedes Mal übernachten wir hier. Glaube ich zumindest. Das ist auf jeden Fall ein beliebter Punkt von mir. Ach, guck, der Kamin ist sogar noch an. Wie schön. Jetzt bin ich aber überlegen. Warte mal. Vielleicht kann ich hier draußen... ...das Ding platzieren. Nö. Hey, ich kann das drinnen platzieren. Wusste ich nicht. Perfekt, weil dann haben wir auch einen Effekt von dem Kamin. Möbel. Bergen. Benutzen. Planke. Zack. Kochstelle. Die benutzt man natürlich auch. Und die benutzen wir auch. Zack. Wie lange braucht das? Ja, schon noch ein Stück. So. Gucken wir mal nach. Hoffentlich ist nicht verbrannt. Gekocht ist es. Und das trinken wir mal nochmal ein bisschen Wasser. Okay. So, wir heilen uns. Wasser ist kein Thema. Das können wir immer auffüllen. Das wissen wir ja. So, das Feuer dürfte nicht so weit runterbrennen. Das ist hier in dem Kocher sehr effektiv. Das heißt, wir können eigentlich auch fertig schlafen. Wir haben auch nichts in der Kocher, was verbrennt. Schlafen wir mal bis 8. So, gucken wir mal nochmal nach dem Feuer. Ja, gerade mal halb leer. So. Wir brauchen noch mal neu füllen. Halt. Ich verhungere gerade. Dann erst mal jetzt doch das Wild. Und jetzt schlaf mal weiter. Sehr schön. Leben ist voll. Irgendwas piepst hier. Oh, ich weiß, was hier piepst. Mein Feuermeldung. Sekunde. So. Ich habe gerade gesehen, der Ofen ist auch aus. Weil ich vom Spiel weggelaufen bin. Ohne zu speichern. Oder so. Natürlich. Hören wir mal gucken. Ja, ich sollte eigentlich noch mehr essen und trinken. Aber jetzt holen wir uns erstmal die Energie raus. Und dann essen wir so eine Ein-Mann-Ration. Das war übrigens nicht mein Feuermelder, Rauchmelder, warum auch immer ich Rauchmelder gesagt habe. Das war mein Ofen. Andererseits hätte ich nicht aufgemacht, dann hätte ich einen Rauchmelder gebraucht. Was soll ich mal sagen? Was soll man sagen? Den Schnee wollte ich trinken. Und dann sagt die Uhr nur noch Hunger. Und wenn wir nur noch Hunger haben, dann essen wir halt mal was. Was soll denn das? Wir essen einfach mal was. Habe ich zwei Dosen? Ne, nur eine. Die nehmen wir mit. So. Das Buch haben wir gelesen. Ja. Okay, auf geht's. Und zwar... Dahin. Da ist ja nur die Höhle. Das ist mir egal. Wir gehen jetzt... Dahin, dann da und dann da oder... Also eine Linie quer durch. Und zwar muss ich dazu... Genau im Westen. Osten. Diesmal in den Osten. Ich habe letztes Mal auch schon Westen gesagt. Ich bin im Westen der Linie. Ich muss nach Osten. So. Ich höre die ganze Zeit auch diesen Wolf und so hier rumheulen. Ah, jetzt habe ich vergessen die Kissen zu zerlegen. Um neue Bandagen zu machen. Ich glaube hier in der Nähe ist nichts Neues mehr. Ich bin hier so oft durchgerannt schon. Da mache ich mir kleine Hoffnung, dass wir hier was finden. Aber hier ist auch tatsächlich auch nichts Interessantes mehr so auf den Karten. Ich meine klar, wir haben jetzt nochmal ein, zwei Sachen entdeckt, aber... Die waren jetzt nicht bahnbrechend, würde ich behaupten. So, wir laufen parallel der Straße tatsächlich ein kurzes Stück. Da unten ist ein Marker. Stimmt, das ist der Marker, wo wir dann ins... In die Wildnis losgelaufen sind. Wollen wir nochmal gucken, wohin die Straße uns führt, oder... Ich glaube, das war auch nur zum Flughafen. Beziehungsweise, ich glaube, die zeigt sogar in die falsche Richtung. Ja, der zeigt in die falsche Richtung. Der geht davon aus, dass wir von hier aus kommen. Halt, falsches Ding, falsche Taste. Den wollte ich rausholen. Den Kompass. Check. Wir sind kurz vor dem Punkt, wo ich hinwollte. Schon mal sehr gut. Sehen tue ich nichts, außer einem Berg, der da nicht hingehört. Also, er gehört da schon hin, aber... Ich will ihn da nicht haben. Ich will ihn da tatsächlich nicht haben. Nee. Mm-mm. Geh weg. Da ist nicht mal eine Höhle drin. Was soll denn das? Okay, da ist also ein Berg. Wollen wir südlich vorbei? Ich denke schon. Im Norden waren wir ja schon. Nee, im Norden waren wir auch nicht. Also müssen wir eigentlich einmal hier den Berg umrunden. Auf gut Deutsch. Ich sehe aber auch nichts. Doch, ich sehe wieder schlechtes Wetter. Kein Scheiß. Und hier am Berg ist aber auch nichts. Okay. Finde einen Fluchtweg. Was soll ich denn für einen Fluchtweg finden? Mann. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Hallo. Gibt es hier was? Ja. Nein. Sind wir auf der Karte? Gegen Check. Aber wir laufen hier rum. Ich check viel zu selten die Himmelsrichtung. Es ist die Frage, ob ich hier rum kann. Hier scheint es nicht so hoch zu sein. Andererseits sehe ich da gerade auch, die Kante ist ziemlich hoch. Also gut. Wir werden wieder zur biochemisch verwandelten Bergziege. Mechanisch natürlich auch. Also wir sind so eine Art Cyborg-Bergziege, die genmanipuliert wurde. Denkt immer dran. Humanoide Bergziege. Zack. Atemschöpfen. Dann kann man auch wieder hüpfen. Oder auch nicht. Lässt er mich nicht? Doch. Oder hoch? Nee, irgendwie nicht. Aber da kommt man auch. Oder auch nicht. Aber da kommt man auch. Oder auch nicht. Ist das eine Höhliche? Komm, das leuchtet doch hier. Das leuchtet hier direkt vor mir. Seht ihr das? Da oben. Da leuchtet es. Der Felsen ist ganz beleuchtet. Okay, erst beleuchtet, aber es ist keine Höhle. Oder so. Schade. Es sah für mich tatsächlich aus wie eine Sonnenreflexion oder sowas. Wo man hier alles hochklettern kann. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen weiter ausruhen. Komm, irgendwo muss es doch weiter gehen. Ich bin bisher jeden Berg hochgekommen. Und Hautaufschiffung habe ich sowieso immer. Also was soll's. Harz habe ich genug. Ich brauche nur einen Verband. Dazu bräuchte ich einfach mal wieder einen Stoff. So, da geht es hoch. Das sage ich doch. Ich komme überall hoch. Perfekt. Wahrscheinlich der höchste Berg, den es gibt. Ich habe die höchste Stelle ausgesucht, oder? Wir werden es rausfinden. Hey. In drei Minuten habe ich es hier einen Berg hochgeschafft. Circa. Das ist doch schon mal was. Gucken wir mal um uns rum. Nichts. Gucken wir mal auf die Karte. Richtung passt. Okay. Nordwesten. Da ist unsere Peilung. Na, rennen wir doch auch da lang weiter. Zack, zack. Ist das nix? So aus wie ein Lagerfeuerrest oder sowas. Kein Harz. Schade. Da ist ein Bärli vor uns. Ein Bärli, Bärli. Den können wir doch bestimmt abschießen. Zieht an. Und Feuer. Voll daneben. Gib mir deinen Körper. Das ist voll cool eigentlich, dass man das Bärenfleisch so stapeln kann. Ich glaube, das sind die Partikel. Würde ich mal sagen. Okay. Nichts weiter Interessantes hier. Gleich ist die Ausdauer weg. Und wir gucken. Finden wir irgendwo was? Da ist eine Klippe. Wollen wir mal eine Karte checken. Wir müssen jetzt genau nach Norden. Die Klippe runter. Warum eigentlich nicht? Ich bin doch hier schon aufgeschürft. Warum also nicht? Warum also nicht? Neue Karten-Eintrag. Und zwar im Westen von uns. Ja. Äh, im Osten. Das ist gerade die Frage, wie weit noch. Genau jetzt. Knöchel verstaucht. Oh, das ist neu. Eine neue Krankheit. Hey, guckt euch das an. Was kann man denn da machen? Ein Verstand oder Verbandes unterstützt den Halbartikel mit Entzündungshemd. Okay. Verband. Komm, den verbrauchen wir mal. Oh, Knöchel verstaucht. Hat sich ganz wenig nur bewegt. Jetzt unterkühlen wir hier oben auch noch. Und wir sind gerade genau da, wo es uns angezeigt wurde. Und wir müssen hier runter. Allein schon, weil wir unterkühlen. Also wir haben ein kaputtes Bein. Und wir werden jetzt gerade unterkühlen. Ist gerade tatsächlich die Frage, wo ist denn hier was? Weiter im Südwesten. Ja, im Südwesten. Wir dürfen nicht zu spät den Abstieg weiterführen. Südosten. Gott, bin ich blöd. Ich habe es gerade nicht drauf mit dem Navigieren. Absolut nicht. Aber Süden war auch richtig. Ja, Süden war richtig. Mann, 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 Mann. Aber man merkt schon, wie wir jetzt langsamer sind. Gerade beim E. Zwischen E und L. Das L kommt demnächst. Äh, halt. Nicht durchsichtig werden. Jetzt ist die Frage, ob es oben ist oder unten. So, unten ist es schon mal nicht. Jetzt mussten wir in Süden laufen. Also jetzt eigentlich hier hoch. Das hier schaut schon eher aus wie so eine Rampe, wo man hochlaufen kann auch. Da ist es. Okay, Höhle haben wir gefunden. Ah, ein Kamerad. Brief von Anastasia. Und wir haben einen Stoff bekommen. Gucken wir kurz nach dem Brief von Anastasia. Lieber Malcolm, ich weiß, dass ich versprochen habe, dass ich gesund und munter nach Hause komme. Es tut mir leid, dass ich dieses Versprechen brechen muss. Eine Lawine hat unsere Stadt begraben. Ich hatte das Glück, Leben zu entkommen. Wenn du meine persönlichen Sachen aufbewahren möchtest, kannst du sie im Safe in meinem Haus im Dorf Kuia finden. Der Code ist 4431. Oh Gott, jetzt müssen wir wieder zurück zum Dorf Kuia. Ach, komm. Okay. Die Höhle hat es jetzt hier noch nicht... Kann ich hier nicht weiterlaufen? Doch. Okay, Anastasia haben wir gefunden. Sie hat in guten Malcolm geschrieben, aber... Leider ist sie gestorben. War da ein oder zwei Stück Stoff drin? Ich habe zwei Stück Stoff. Dann kann ich nochmal einen Verband machen. Zack. Und dann machen wir daraus gleich einen Harzverband. Wenn ich mir den jetzt nochmal anlege... Ja, das hält mein Knöchel nicht weiter. Ja, super. Also machen wir uns bequem irgendwo. Aber ein paar Stöcke, die nehmen wir mit. Und dann hier auf zum nächsten Baum. Da müssen wir irgendwas Entzündungshemmendes finden. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir da den Tannenzapf nehmen können. Das ist auch nochmal ein Stock. Lass uns mal nochmal ein paar Meter laufen. Gleich wird es echt drastisch bei uns. Gleich wird es drastisch, hey. Okay, aber das ist dann aber auch ein gutes Ende für uns. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lern dich hier das Camp weiter aufbauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.